Herzlich Willkommen alle Freunde. Oh mein Gott, wo bin ich denn hier? Ich bin in einem neuen Projekt und zwar in Minecraft Hope. Ja, Minecraft Hope ist sowas ähnliches wie Minecraft Leben und Metaporteil. Das nervt mich. Wir sind hier gerade am Spawn. Und hier sind ganz viele YouTuber dabei und viele, viele Wildcard Gewinner. Ich bin auch ein Wildcard Gewinner. Ja, ich glaube insgesamt sind fast über 40 mit in diesem Projekt und sie haben gerade mal 8 Uhr, 47, ja. Und ja, na, deswegen cool, dass ich in so einem Projekt mal wieder mitspielen darf. Die erste Folge hatte ich eigentlich schon aufgenommen, aber da hatte ich mein Mikrofon nicht eingesteckt. Ja, bisschen Fail, aber so ist das halt. So, und das ist ein Roleplay-Projekt. Das heißt, ich werde viel Roleplayen und auch was bauen, was mit meinem Roleplay natürlich zu tun hat. Ich habe mir auch eine Rolle ausgedacht. Dafür brauche ich natürlich noch eure Hilfe. Ich bräuchte einen Piraten-Skin und vielleicht... Oh, da will jemand was von mir. Äh, äh, nein. So, äh... Denkt ihr jetzt, ich bin ein Mädchen oder ein Junge? Ne, ein Junge. Äh, äh, nein. Okay, äh, blöhm. Also, ich bin ein Seefahrer und ich werde das Wort der Piraten erfinden. In meiner Rolle. Ich werde dann allen erklären, was ein Pirat ist und sowas. Ja. Und das ist meine Aufgabe. Und wie ich dazu komme... Oh, das sehen wir dann. Wie ich herausfinde... Wer... Ich habe uns als erstes Piraten genannt. Und so ist der Name dann entstanden. Mal gucken, was ich da so machen werde und so. Und ich würde jetzt einfach mal vorschlagen, ich zeige euch mal, wo ich wohne. Ähm... Dafür müssen wir einmal hier über diese hässliche Brücke, ja? Hässliche Brücke auf jeden Fall. Äh, das ist außerdem Part Null, ne? Weil ich werde hier nur ein bisschen was erklären. Ich werde hier noch nichts machen. Ähm... Hässliches Haus. Oh, vielleicht sieht man schon im Hintergrund. Im Hintergrund. Na? Ja, auf jeden Fall sind hier sehr, sehr viele mit am Start. Und... Ich habe Labi-Mod, ne? Das ist dieser komische Sprach-Chat dabei. Und links oben. Wie kriege ich das weg? Ich will diese Anzeigen da hinten nicht haben. Och Gott. Was? Jetzt baut er hier aber noch eine Farm hin, oder was? Boah, ich hätte mal ein Schiff, wo er das hinbauen soll. Ja, ich baue hier hinten ein Schiff. Wie man es vielleicht erkennen kann. Und ich bin hier nur von Idioten umgeben. Die mein schönes Wasser hier zerstören. Ne, also echt. Das geht doch so nicht, oder Leute? Ich finde doch schon diese Brücke da bis hier. Na, naja. Aber okay. Sind halt YouTuber und die dürfen natürlich alles. Oder? Ne, Z7 ist nicht mein YouTuber. Okay. Ja, hier ist meine... Äh. Och, scheiße. Ne, ich will da jetzt nicht runterspringen. Dann geht alles kaputt. Hier... Hier müsste meine Kuh drunter sein. Und hier müsste, glaube ich, mein Schaft runter sein. Ich mache das nicht aus, weil sonst müsste ich reinspringen und so weiter. So, dann hatte ich hier am Anfang meine Geheimkiste. Tada. Tu, 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 tu. Viele coole Sachen dabei. Auf jeden Fall. Alles gefunden in so Dungeons und so. Ich zeige euch gleich mal eben kurz die Farmwelt. Damit ihr den Einblick habt, wie sie aussieht. Und ja, das ist gerade mein Schiff. Ich bin fleißig am Bauen. Ich versuche jeden Tag mindestens zwei Schichten zu schaffen. Das heißt, eine Blockreihe hier. Das ist eine. Und hier unten war da nochmal eine. Und ja. Dann müsste es irgendwann fertig sein. Ja, ich bin gerade hier am Basteln, wie ich das Deck mache. Und so. Und ja. Na? Ich denke, das war's. Ach ja, eben die Farbenwild noch. Äh, Farmwild. Farmwild sieht nämlich so aus. Richtig strange. Und man findet kaum Oakwood. Also Eichenholz. Findet man kaum. Das regt mich richtig auf. Aber jetzt brauche ich es nicht mehr. Ach, wir haben ja direkt eine Wüste. Die habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, okay. Das war's auf jeden Fall mit Minecraft Home. Home möchte ich. So, vielleicht alle. Jede Woche zwei Folgen hochladen. Und ja. Na? Also seid gespannt, wie das Projekt so weiterläuft. Mir gefällt es. Ich bin jetzt, glaube ich, vier Tage hier. Und mir gefällt es. Und Leute, haltet euch fest. Die zweite Folge hatte ich schon aufgenommen. Die habe ich gestern aufgenommen. Da haben wir mal eine Endwilds besorgt. Weil ich brauchte Eisen und sowas. Haben wir sehr, sehr interessante Fragen. Und wir hatten schon eine erste Eskalation auf dem Server. Das muss ich mir mal anschauen, ey. Ja, ja, ja. Da wäre fast Hope geschlossen. Hm. Das kann ich vorweg nehmen. Und wir waren live on air. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, das war's mit diesem Part. Wir sehen uns dann über... Nee, morgen. Morgen kommt direkt der Part. Weil den habe ich ja schon, ne? Den wollte ich eigentlich schon heute weg haben. Gestern habe ich ja die erste Folge hochladen. Aber das war ein bisschen fail. Okay, ich will nicht weiter labern. Bis dann, euer Kamito. Haut rein. Tschüss. 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 Tschüss.